In diesem Video beschäftige ich mich ausführlich mit dem sechsten hermetischen Gesetz, dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Eine Zusammenfassung der hermetischen Regeln gibt es von mir bereits als Video. Du findest den Link dazu unten. Jede Ursache hat ihre Wirkung, jede Wirkung hat ihre Ursache. Das sechste hermetische Gesetz ist das Gesetz von Ursache und Wirkung und wird auch Gesetz der Kausalität genannt. Es beschreibt eine Sinnhaftigkeit in allem. Alles, was in deinem Leben geschieht, folgt den universalen Gesetzen. Zufälle gibt es nur im reinen Wortsinn. Es fällt dir etwas zu, dessen Grund oder Ursache du nicht oder noch nicht erkannt hast. Jede Entscheidung als Ursache mündet in eine Veränderung im Sinne der Wirkung. Auch die Verweigerung, eine bewusste Entscheidung zu treffen, zählt als solche. Denn auch sie erzielt eine Wirkung. Bereits als Schüler hast du die Wahl. Bringst du die Bereitschaft zum Lernen mit, so wirst du entsprechende Zensuren haben und versetzt werden. Verweigerst du deine Mitarbeit, so wirst du die Klassenstufe wiederholen müssen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist eng verbunden mit dem universalen Gesetz der Geistigkeit. Dies beschreibt, wie der Einfluss von Gedankenkraft und Erwartungshaltung als Ursache das zukünftige Erleben im Sinne der Wirkung steuert. Solltest du dich nun über die häufige Diskrepanz zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit wundern, so findest du die Erklärung dazu in meinem Video über das Gesetz der Geistigkeit. Den Link findest du unten. Mit deinem bewussten, aber auch unbewussten Verhalten beeinflusst du dein soziales Umfeld und lebst auch damit das Gesetz der Kausalität. Spiegelneuronen im Gehirn sind dafür verantwortlich, dass beim Beobachter die gleichen Gehirnareale aktiviert werden, wie es die der beobachteten Person sind. Nimmt ein Mensch den liebenden Blick des Gegenübers wahr, so kommt auch er in eine liebevolle Haltung. Dies ist besonders wichtig für die Förderung sozialen und empathischen Verhaltens von Kindern. Aber auch wenn du zum Beispiel einen Sportler beim Laufen betrachtest, aktiviert dies Areale in deinem Gehirn, die die Bewegung widerspiegeln. Was auf der Handlungsebene eher theoretisch neuronal abläuft, wird auf der emotionalen Ebene wahrnehmbarer angetriggert. Die angeregte innere Simulation im Erleben der Stimmung anderer führt zu einer Art Imitation oder Ansteckung. Du hast es sicher schon erlebt, wie ein gut gelaunter Kollege deine eigentlich trübe Stimmung in das Gegenteil verkehren konnte, oder wie in einer heiteren Menschengruppe ein dazukommender, negativ gestimmter Mensch die Energie deutlich fühlbar nach unten gezogen hat. Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist universal und findet daher auch in der Natur seine Gültigkeit. Der thermische Wechsel zwischen den Jahreszeiten steuert die Reaktion, also Wirkung, von Flora und Fauna. Ein Jahr entspricht der Dauer des Kreisens der Erde um die Sonne. Da die Erde auch um sich selbst kreist, entsteht in der Einteilung von 24 Stunden Tag und Nacht. Ohne die Drehung als Ursache hätten wir keine Tages- und Nachtzeiten. Bei einem keimenden Samen bricht der Kern auf und die Pflanze beginnt zu wachsen. So kann innerhalb kürzester Zeit aus einem winzigen Samenkorn zum Beispiel eine große Sonnenblume entstehen. Treffen die Eizelle der Frau und die Samenzelle des Mannes aufeinander, so entsteht im Falle der Befruchtung und Einnistung in neun Monaten ein vollständiges kleines Lebewesen. Ohne Keimung bzw. Befruchtung, also Ursache, wird es sowohl in der Pflanzen- als auch in der Tierwelt kein Leben, also die Wirkung, geben. Und so ist es auch, wenn du einen Gedankenimpuls als Same einer Vision betrachtest, den es benötigt, um die Idee in die Tat umsetzen zu können. Nie wurde eine Erfindung gemacht, hat nicht vorher das fertige Projekt in Gedankenform bereits Gestalt angenommen. In der Wirtschaft regelt das Gesetz von Angebot und Nachfrage das Marktgleichgewicht, unabhängig davon, ob es sich um den Lebensmittelmarkt, einen Flohmarkt oder den Aktienmarkt handelt. Die Preise der angebotenen Waren und Dienstleistungen sind Ursache für die Intensität des Kaufinteresses der Konsumenten. Ein Kauf ist die Wirkung dessen. Gerne intervenieren Konzerne durch gezielte, suggestive Werbung in dieses Geschehen. Auch hier sehen wir das Gesetz von Ursache und Wirkung. Die gezielte Werbung ist die Ursache und die Steigerung des Kaufinteresses ist die Wirkung. Das Kausalitätsgesetz wird in Wirtschaft und Politik bewusst angewendet, um dem Menschen eine Fürsorge bezüglich seiner Wünsche und Bedürfnisse zu suggerieren. Medizinischen Maßnahmen wird häufig zunächst mit angsteinflößenden Informationen der Weg bereitet. Die entstandene Angst der Masse wird dann mit der Einführung tatsächlicher oder vermeintlicher Hilfsmittel wieder beschwichtigt. Wie bei so vielen Entscheidungen durch politische Gremien wird das Gesetz der Kausalität genutzt, um das Unbewusste der Menschen anzutriggern. Nur so ist es erklärbar, wie selbst klar erkennbare Widersprüche bzw. offenliegende Beweise, die die Informationen als falsch entlarven, nur wenig Beachtung finden. Die Manipulation dient als Ursache, als Mittel zum Zweck, mit dem die Menschen mental dorthin gezogen werden, wo der Manipulator sie haben möchte, da er das Gesetz von Ursache und Wirkung kennt und nutzt. Um wirtschaftliche und steuerliche Veränderungen leichter durchzusetzen, wird der Bevölkerung eine inner- oder weltpolitische Lage dargelegt, als Basis zur Legitimierung dieser Maßnahmen. Es bleiben eine Menge Fragezeichen, wenn du beginnst, dich damit ausführlich zu beschäftigen. Der geringe Anteil hinterfragender Menschen erklärt sich in der bewussten, psychologischen Anwendung des Gesetzes von Ursache und Wirkung der Verantwortlichen. Gustave Le Bon schreibt in seinem Buch »Psychologie der Massen«, nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern. Er wusste, dass Menschen in machtvollen Positionen diese Wirkmechanismen genau kennen. Sie wissen um den großen Anteil des Unbewussten, welches sich so gerne in, wenn auch vermeintlicher, Sicherheit wiegt, im Gegensatz zum recht kleinen Anteil bewusster Vernunft, die dann doch glaubt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das Gesetz der Kausalität zu kennen, bringt dich in deine Eigenverantwortung. Bildet es doch die Grundlage deines freien Willens, mit dem du dir bezüglich Gedanken und Zielsetzung deinen Weg aufzeichnest. Dieses Prinzip geht Hand in Hand mit den Gesetzen der Polarität und der Anziehung. Der Volksmund sagt, wie man in den Wald hereinruft, so schallt es heraus. Und Konstantin Wecker singt in seinem Lied »Heiliger Tanz«. Wer frei sein will, befreie, liebe, dann wirst du geliebt. Willst du Vergebung, verzeihe, und empfangen wird nur, wer gibt. Welche Ursachen möchtest du setzen?